Und unterwegs zu uns ist die Stadtmusik Hollerbrunn. Die Stadtmusik Hollerbrunn bringt heute gerne eine Stuhl für D, das ist auch nicht für Fügel heute. Wir hören den 76er Regimentsmarsch. Als Kapellmeister gibt es einen neuen Hollerbrunn, Herbert Klinger. Er ist auch Landeskapellmeister des Landesmusikverbandes Wien. Und Robert Hinschlögl, ein bekanter Stadtführer. Und ein Applaus für die Stadtmusik Hollerbrunn. Applaus Vorne in der Mitte der erst drei. Der neue Betrugner ist bei Herbert Klinger. Der Blankierkuh in Hüttenland. Musik 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 Musik